Der ökologische Fußabdruck im Ökodorf Siebenlinden beträgt ein Drittel des deutschen Durchschnitts. Das ist eigentlich genau das, was die Welt jetzt braucht. Guck mal, das ist der Thomas, der wohnt so wie vor 100 Jahren. Und ich habe gesagt, stopp, stopp, wir leben hier so wie in 100 Jahren. Ich bin super hier! Vom erfolgreichen Versuch, nicht ganz falsch zu leben.